Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Okay, der Song beginnt und bekommt ein Thema. Ich und ein Hals. Und das Thema heute ist ein Hals. Ich und ein, ich und ein Hals. Dein Hals ist sehr schön. Er ist vielseitig. Ich und ein, ich und ein Hals. Du kannst mit ihm singen. Du kannst auch reden. Ich und ein, ich und ein Hals. Öffnest du dein Gesicht. Ist das Spaß für jeden. Ich und ein, ich und ein Hals. Ich weiß, dass du es magst, wenn es sticht. Und jetzt mal alle in das Throat, ja? Ich und ein Hals. Ich und ein Hals. Halsi, Halsi, Halsi. Ich und ein Hals. Ich und ein Hals. Ich und ein, ich und ein Hals. Ich und ein Hals. Ich und ein Hals. Halsi, Halsi fest. Ich und ein Hals. Ich und ein Hals. Ich und ein, ich und ein. Ich und ein Hals, Best Friends Forever, HD, GDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich. Warum heutzutage nicht jeder Nutzer eines wunderbaren Exemplares Hals sein will? Und nicht nur, weil man ihn wunderschön ins Schlafzimmer legen kann, nein, man kann ihn auch nacktieren. So und jetzt nochmal in das Throat, ja. Ich und ein Hals, ich und ein Hals, Halsi, 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 Halsi und ein Hals, ich und ein Hals. Ich und ein, ich und ein, ich und ein Hals, ich und ein Halsi, Halsi, Halsi fest, ich und ein Halsi, ich und ein Halsi. Ich und ein, ich und ein, bleib mir vorm Hals in deinem Schlafanzug, du bekommst deinen Hals nicht voll genug. Hals über Kopf, bist du auf der Balz, Markhalsig riskierst du einen streifen Hals. Ich weiß, du bist ja kettet, doch ich glaub ich schnalz. Du willst heute Nacht nicht nur nen Frosch im Hals, let me take your Hals als Gebrauchsgegenstand. Es beginnt kein neues Leben mit Samen auf Stimmband. Eine Bank, mein Bett, eine Treppe oder Tresen, meine Hände, mein Zuhause, dein Zopf. Meine Lände, deine Haare, mein Leben, meine Spesen sind ne Spende für deinen Kehlkopf. Put your hands in the air! Ich und ein Hals Ich und ein Hals